Hallo und herzlich willkommen zurück bei Oblivion. Ich bin jetzt noch mal auf dem Weg in die Kaiserstadt. Geht das überhaupt? Ja doch, um diese Zeit ist auch die Stadt trotzdem geöffnet, auch wenn da gerade keine Wache steht. Und ich möchte hier jetzt mich dieser Kämpfergilde eventuell anschließen. Vielleicht kann man von denen da auch was erfahren. Anweisungen. Was sucht ihr? Ah, okay. Wo sind die Gilden? Das klingt gut. In der Stadt sind keine Gildenhallen, aber die geheime Universität liegt auf einer Insel außerhalb der Mauer, südlich des Arboretums. Ich hätte gedacht, das wäre ein Arboretum, aber gut. Was sucht ihr? Die Kämpfergilde, habe ich gehört. Erzählt mir von Grenzstellen. Der Kaiserpalast liegt im Zentrum. Die sechs Bezirke liegen wie die Speichen eines Rades um den Palast herum. Von Nordosten aus im Uhrzeigersinn sind dies Marktviertel, Arena, Arboretum, Tempelbezirk, Talosplatz und Elfengarten. Das Hafenviertel liegt südlich des Tempelbezirks. Die geheime Universität liegt südlich des Arboretums. Das kaiserliche Gefängnis liegt nördlich des Marktviertels. Okay. Was sucht ihr? Immer noch die Kämpfergilde. Im Marktviertel findet ihr Schmiede, Alchemisten, Buchhändler, Magiergeschäfte, Schneider, Waffenschmiede und Händler. Was sucht ihr? Wo kann ich schlafen? Die Herberge zum Kaufmann im Marktviertel, König und Königin im Elfengartenbezirk, Tiber Septim im Talosplatzbezirk und Allerheiligen im Tempelbezirk. Außerdem wäre da noch die Herberge zum aufgetriebenen Floß im Hafenviertel. Aber das ist keine schöne Gegend. Hm. Das klingt so. Gibt es irgendwelche Gebüchte? Kaiser wurden auch früher schon ermordet. Aber dieses Mal, ich weiß nicht. Irgendwie ist es anders. Merkt ihr es nicht? Ein Schatten ist über ganz Tamriel gefallen. Hm. Na gut. Dann frage ich mich jetzt allerdings, wie das gedacht wäre, wenn man sich dieser Kämpfergilde anschließen will. Und ob das überhaupt schon geht? Vielleicht geht es ja gar nicht. Jetzt schaue ich mal kurz. Ich habe... Ah ja. Diesmal habe ich natürlich nicht alles Mögliche eingesackt, weil ich gedacht habe, ich mache eine Überlandreise. Was ist los? Okay. Ist auch eine kaiserliche Wache. Der kommt vielleicht zum Wachwechsel. Hm. Kann man da was pflücken? Hm. Sieht nicht so aus. Ah. Das kann man pflücken. Aber man findet nicht unbedingt was Nützliches. Aha. Ein Grünspanbech. Hut des Stahlblauen Rütt. Aha. Okay. Klingt auch interessant. Was ist denn das für ein Mensch? Da. Draninos Groschenlos. Klingt irgendwie nach einem Bettler, ne? Von einer Münze kann ich einen ganzen Tag leben. Okay. Hier habt ihr eine Münze-Bettler. Rosan ist ein begabter Schmied. Einer der Besten der Gegend, wenn ihr mich fragt. Mhm. Okay. Vielleicht gebe ich dem einfach eine Münze. Vielen Dank, edle Dame. Okay. Möge Julianus euch segnen. Ah. Und da ist das Hotel Tiber Septim. Hier gibt es schwere Spitzhacken. Oh. Dicke Rindslederschuhe. Haben aber keinen Schutz. Na gut. Vielleicht weniger zum Benutzen geeignet, als mehr zum Verkaufen. Hm. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob ich hier quasi Diebstahl begehe, wenn ich in diese Kisten lange anscheinend ja nicht. Hm. Weiß nicht, ob das sein muss tatsächlich. was ist los und gesucht graufuchs gesucht wegen diebstahls unterschlagung fälschung taschendiebstahls falschmünzerei einbruch verabredung zum diebstahl raubes steuer hinterziehung verleumdung betrugs verrat und über großer frechheit beschreibung trägt ein grauen umhang der seine erscheinung verbirgt wahrscheinlich männlich und aus kolovina größe zwischen 1 50 und 1 80 gewicht normal haar und augenfarbe unbekannt alle bürger mit informationen sollten sich ein wachhauptmann heronimus lex wenden das ist eigentlich ganz witzig weil da kann man ja anscheinend jeden abgeben der den grauen umhang hat oder wie das ist eine beliebige kaiserliche wache und hier ist noch ein tor zum südwestlichen wachturm das ist aber wahrscheinlich jetzt nicht so da wo ich will das heilen wir uns doch noch mal komplett ich denke die stadt wird sicher sein doch wenn die drachenfeuer verlöschen und kein thronfolger blubb okay haben wir jetzt leider nicht erfahren ihr könnt ja wenn ihr es wissen möchtet noch mal pause machen vielleicht werde ich es auch noch mal laden hier sind lauter privathäuser kann das sein vielleicht sind das ja aber auch dann später noch irgendwelche wichtigen gebäude je nachdem mit wem man dann da reden kann das scheint der standard bettler spruch zu sein er ist ein märchen die kaiserliche wache tut so als gäbe es einen diebeskönig mit dem namen graufuchs der alle dieben syrodil kontrolliert das ist natürlich nur eine erfindung damit sie einen grund haben uns weiter zu unterdrücken also okay ich werde aus dem profeten in anwil nicht schlau ist er tatsächlich ein heiliger mann oder nur ein verrückter der die tragödie in der kapelle von die bella für seine zwecke ausnutzt so so okay zum graufuchs die kaiserliche wache tut so das ist nicht okay aber nachdem kann ich öfter fragen obwohl sie dann noch mal dasselbe erzielt na gut schade die haut den hut des rauden wütlings ach das sind die pilze dachte gerade man könnte auch diese gebüsche ernten aber anscheinend nicht hier pilze sammeln in der stadt das irgendwie schon auch hat was seridurshaus weiß auch nicht ob man vielleicht diese ganzen häuser jetzt einfach nur ausklauen könnte südlicher wachturm bei dem wetter steht die trotzdem auf der straße mein armer mann kann nicht schlafen die ganze nacht ist er auf den beinen und kümmert sich um diese dummen pflanzen was das ist dieser gesuchte verbrecher ist er nicht ein meister dieb ich hörte er sei auch gefährlich und das bettler für ihn spionieren mhm deswegen war die bettlerin vielleicht so aufgebracht er ist der hauptmann der kaiserlichen wache der ständig dem graufuchs und der diebesgilde hinterher jagt eine phantomjagd wenn ihr mich fragt die diebesgilde gibt es wahrscheinlich gar nicht und ich gehe jede wette ein dass es den graufuchs auch nicht gibt ha auch die eher gesetzestreue bürger finden das eine komische sache ich finde immer was zu tun ich kümmere mich um das haus und sorge dafür dass amantius nicht verhungert oder keine tinte mehr hat mhm wer nach arbeit sucht sollte es bei der kämpfergilde versuchen die suchen immer nach neuen rekruten das würde ich sehr gerne wenn ich wüsste wo die ist danke junge frau wiedersehen jojo ich höre euch zu bürger kann ich euch ah der ist genau jetzt da reingegangen holztür zu luwong gro glutz glutzox haus ja weiß nicht also lustigerweise sagt es hier nicht dass das rot ist also in dem sinn scheint es in ordnung zu sein da rein zu gehen aber irgendwie komisch kommt es mir trotzdem vor einfach in wildfremde häuser zu laufen ich höre euch zu bürger ja ok recht gibt es etwas zu berechnen das ist der wachhauptmann anscheinend was sucht ihr die kämpfergilde aber der kann mir nur dieselben sachen sagen anscheinend in der stadt sind keine gildenhallen aber die geheime universität liegt auf einer insel außerhalb der mauer südlich des arboretums mhm mhm er ist nur ein dieb es heißt er sei der kopf der diebesgilde guter witz könnt ihr euch einen haufen diebe vorstellen die versuchen eine gilde zu gründen der adel hasst ihn aber die bauern und bettler lieben ihn besonders im hafenviertel das finde ich jetzt ganz witzig dass der quasi auch bezweifelt dass es eine diebesgilde gibt keine kompromisse kein wanken keine zugeständnisse an die ungerechtigkeit stets versuchen dies zu einer besseren stadt für jedermann zu machen das ist sein anliegen anwil ist in aufruhr zuerst wurde die kapelle überfallen und jetzt kündigt der prophet das ende der welt an das klingt nicht so gut tatsächlich na dann ja das mache ich jetzt mal ihr findet nichts nützliches es ist ganz schön übles wetter jetzt plötzlich ich frage mich ja wie zufällig das ist wie die wetterentwicklung ist oder ob das auch irgendwie mit dem abenteuer zusammenhängt vielleicht habe ich ja jetzt was böse falsches gemacht indem ich nochmal zurück in die stadt gegangen bin naja gut der kaiserstadt baumgarten das ist wohl das aburitum stadt insel war das nicht stadt insel klingt mir mehr so nach vorstadthafenbereich eventuell schau mal doch nochmal hier entlang alles nichts nützliches ich bin mal gespannt ob es hier reingeht recht ach tempelbezirk da bin ich aber hergekommen jetzt ähm hm was hier geht es nur zur insel stadt insel oder was ist das hier das sieht aber nach einem prunkvollen gebäude aus das ist vielleicht der tempel dann oder kaiserliche wache was ist los ah kaiserstadt palast jetzt gucke ich aber doch nochmal auf meine karte hier wo gurke ich denn hier herum ähm kaiserstadt baumgarten kaiserstadt tempelbezirk kaiserstadt palast ah kaiserstadt palast ist einfach nur der mittlere durchgangsbereich solange ihr und eure nachkommen das amulett der könige tragt ob das ist glaube ich nicht für mich gemeint gewesen ich bin nämlich nicht jemand der mit nachkommen das amulett der könige trägt wahrscheinlich ok dann versuchen wir doch mal da so schräg durch nochmal zum marktbezirk zu kommen ui das wetter hat sich extrem verbessert auf die schnelle das ist ja nett nicht schlecht alle bürger sind im kaiser palast herzlich willkommen ach so mindestens in den ersten beiden stockwerken ok das ist ungewöhnlich hätte ich angenommen aber gut das müssen die hier ja wissen wie sie das machen wollen so marktbezirk manche sagen dass gewisse mitglieder der diebesgilde geoppte gegenstände kaufen na das könnte ich mir vorstellen first edition copious coin purse den hatten wir glaube ich schon mal angesprochen den älteren herren hier der fruchtbare münzbeutel ihr könnt die seelen von kreaturen einfach in die selbst darauf beschwört ok abermals willkommen ich frage mich ja gerade verdammter dieb ich hoffe sie knüpfen ihn auf wenn sie ihn kriegen aber er entwischt immer wieder die bettler sind seine augen und ohren das ist ja lustig der klingt jetzt nicht wirklich so als ob er von dieben kauft soweit ich weiß sucht die kämpfergilde gerade neue rekruten für einige leute ist das genau die richtige arbeit ja wenn ich die mal finden würde kommen wir zum geschäft abgesteppte lederschuhe bla 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 die kaiserliche reithose die wäre ziemlich ziemlich gut glaube ich bericht über kat in j ein weniger anstößiges lied ok na gut reparatur haben wir das habe ich gesucht ich glaube so viele können wir uns gar nicht leisten nehmen wir mal 10 ja gut und wir können ihm aber vielleicht auch noch ein bisschen was verkaufen hoffe ich doch ja genau ähm ja und ja ein exzellentes geschäft für ihn vor allem wahrscheinlich weil ich bin nicht so gut im falschen ne da kann man magica wiederherstellen mit hut des stahlblauen rötlings wiederherstellen geschicklichkeit das brauche ich eigentlich selten ich glaube ich verkaufe die mal ja ja mach mal und hut hut des grünspanbechers oder so ok johanneskraut nektar schock wiederherstellen ey komm ein gutes geschäft keine ahnung was das ding kann lebensenergie entziehen und es ist nichts wert warum trage ich das denn dann mit mir rum das ist eine art quest gegenstand oder hm ok primelblätter ja na gut huiuiui mühsal das klingt jetzt auch nicht so toll ja komm ein gutes geschäft kleiner kleiner seelenstein ich habe keine ahnung wo ich den noch für irgendwas brauchen kann gefalteter stoff ja und diesen knochen den will ich eigentlich nur loswerden komm fertig ich weiß eure kundschaft immer zu schätzen achso ok vielen dank lebt wohl dann schaue ich doch mal ob ich hier jetzt huch ah keller und privatquartiere ne wir wollen den ja jetzt nicht hier irgendwie furchtbar auf den keks gehen wahrscheinlich also wer besser wenn nicht vermutlich ähm ich habe immer noch erstaunlich viel gewicht ah das kommt von den reparaturhämmern kann das sein dass die auch was wiegen wahrscheinlich ne knee hm ok dann wollen wir erstmal die eigentlich reparieren nein was auch immer das jetzt war ich wollte eigentlich äh wo komme ich denn an dem reparaturhammer dran wo kann ich den denn verwenden ah hier sind wir reparaturhammer genau so rum funktioniert's eiserner dolch hat noch 82 aber die lederstiefel die ja schön das habe ich schon befürchtet und nochmal ok immerhin verbessere ich ja auch meine fähigkeiten im reparieren wenn ich Sachen repariere leider gehen aber auch immer wieder diese hämmerchen dabei kaputt ne ja ist das eine bestimmte stufe bei der die kaputt gehen oder oder es ist vielleicht einfach nur zufall wann die kaputt gehen mhm ok ich denke das lasse ich jetzt mal so jetzt sind die sachen wieder halbwegs in ordnung jetzt habe ich immerhin acht der schild scheint nicht kaputt zu gehen oder zumindest ah dem geht's noch relativ gut gut den verwende ich aber auch fast nicht ne vielleicht liegt's daran schwere rüstung alles schwere rüstung und die sind aber leichte rüstung na gut dann verlasse ich den mann mal ja ich hatte jetzt irgendwie gehofft ich finde hier diese lustige kämpfergilde wenn mir jeder zweite davon erzählt ist das ja vielleicht auch was was man irgendwie wirklich mal ausprobieren sollte aber ich weiß nicht so recht die verwandlungs magie kann zauber die türen und schatzkästen aufschließen können habe ich das richtig verstanden reden wir mal mit dieser person willkommen im eine faire chance ich bin rossan die inhaberin ich verkaufe die besten schwerter der stadt und ich bilde fortgeschrittene waffenschmiede aus ach so interessant verdammter dieb ich hoffe sie knüpfen ihn auf wenn sie ihn kriegen aber er entwischt immer die bettler sind seine augen und ohren gut dieses gerücht hat sich auch zu ihrem gesprochen es heißt dass die dunkle bruderschaft euch in eurem schlafheim sucht wenn ihr jemand ermordet auf diese weise werden neue mitglieder rekrutiert ok ich weiß nicht ob ich das unbedingt möchte ich kann alles reparieren was ihr kaputt macht ach so die kann vielleicht besser reparieren als ich kann sie ich weiß aber jetzt nicht was das dann kostet ach ich bin mir unsicher so schlimm ist das ja jetzt alles gar nicht vielleicht ist es auch besser wir lernen das lieber selber gut dass ihr euch verbessern wolltet mhm oh ok ich kann mir momentan genau 0 Trainingsstunden leisten ich bin Wartung von Waffen und Rüstungen mit höchster Effizienz abgenutzte Waffen und Rüstungen sind weniger effizient ok na gut lebt wohl vom Prinzip her ist das schon interessant die hat auch uns was angeboten aber wir können es uns ja mit Sicherheit eh nicht leisten muss ich mir vielleicht gar nicht so genau angucken was das jetzt ist ich hätte jetzt ehrlich gesagt gehofft dass die Kämpfergilde hier irgendwo ist dass ich mich bei denen vielleicht zum Beispiel melden kann und sagen hallo wie wärs denn mach ich mit oder wie schauts aus sucht ihr jemanden vielleicht sind die im Arenaviertel der ältesten Rat hat eine lange Geschichte die bis auf die Gründung zurückführt ok hier ist die Arena vielleicht ist das dann aber doch hier die Kämpfergilde oder ja schau mal doch mal hier ist die Arena jedenfalls Hundo seid gegrüßt willkommen in der Arena ich glaube ich habe euch noch nie hier gesehen ich kenne alle Stammgäste glaubt mir ok wenn ihr die Arena als Kämpfer betreten wollt müsst ihr hinunter ins Schlachthaus gehen und mit Oven dem Waffenmeister reden Wollt ihr jedoch auf einen Kampf setzen so seid ihr bei mir goldrichtig Kämpfe finden den ganzen Tag statt von 9 Uhr früh bis 9 Uhr abends da gibt es viele Gelegenheiten sich das Geldsäckel zu füllen also was sagt ihr wollt ihr auf einen Kampf setzen hm weiß nicht wir haben jetzt eh nicht sehr viel Geld ah in Ordnung also gut wenn ähm wenn ihr etwas braucht so fragt nur ich nehme eure Wette gern an falls ihr es euch anders überlegt tja auf einen Kampf hätten ein Arena Kämpfer werden falls ihr tatsächlich in der Arena kämpfen wollt müsst ihr hinunter ins Schlachthaus gehen und mit Oven dem Waffenmeister sprechen geht einfach durch die Tür zu meiner Rechten und steigt die Treppe hinab aber legt euer bestes Benehmen an den Tag Oven ist von Natur aus etwas mürrisch aha den sollten wir also vielleicht nicht provozieren das heißt dass die dunkle Bruderschaft euch in eurem Schlaf heimsucht wenn ihr jemand ermordet auf diese Weise werden neue Mitglieder rekrutiert ok gerüchte 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 ähm ah ok da hat er seine Truhe hier geht es anscheinend zur Arena und hier geht es in den Keller ja ich hatte jetzt gehofft dass die vielleicht die Kämpfergilde sind die benannte aber vielleicht schon wieder nicht hm wenn ich der Arena Gruppe als Kämpfer beitreten müsste ist das die Kämpfergilde hm ich bin mir nicht so sicher bei dem ganzen Zeug ich muss es ganz ehrlich sagen ich gucke mich hier immer noch obwohl wir jetzt glaube ich mittlerweile so etwa die 10. 11. Folge haben ganz habe ich es nicht im Blick weil ich jetzt auch ein paar Sachen am Stück aufgenommen habe immer noch so grundlegend überhaupt im Spiel rum kann auch grundlegend noch nicht immer alle Funktionen so richtig also es ist ich finde weiß nicht man findet sich nicht so leicht rein oder es liegt an mir dass ich mich einfach nicht so rein denken kann auch ins Abenteuer ähm puh liefert das Amulett ab zur Waffnetherberge ich glaube ich mache jetzt eine Schnellreise nach außerhalb und dann ah der Meister im Schleichen ignoriert die Rüstung eines Gegners wenn er im Schleichen angreift ah da ist ein Mensch mit Pferd guck an ich höre euch zu Bürger was das kaiserliche Legionspferd Ärger äh Graufuchs das ist dieser Dieb von dem die kaiserliche Wache immer spricht er stiehlt gerne von den Reichen jawohl ich habe von ihm gehört ist er nicht Soldat oder Wachmann in der Kaiserstadt ich hätte jetzt gedacht er ist Hauptmann der Wache der Kaiser ist tot und seine Thronfolger auch wir sind eine Legion ohne Anführer den Klingen wurde der Schutz unseres Herrn angetragen und sie versagten ja der scheint ein bisschen deprimiert zu sein geht weiter ok vielleicht hätte der uns jetzt beispielsweise auch geholfen falls wir hier in ein Schlamassel geraten unterwegs ich kann mir nämlich vorstellen dass die Reise auch nicht so ganz ungefährlich ist unbedingt und vielleicht hilft es da wenn da Leute unterwegs sind die quasi kaisertreu sind eventuell hier können wir wieder Blümchen pflücken wenn wir wollen ein bisschen jedenfalls ich glaube diese Fische die sind mir für das erste irgendwie immer noch zu gefährlich vielleicht könnte man ja auch jedes Mal bevor man einen dieser Fische bekämpft oben hingehen zu diesem ja ich weiß gar nicht Ritualstein oder was das war und sich jedes Mal verbessertes Schwert und Rüstung holen oder so das könnte natürlich sein dass das dann hilft aber ja es kommt mir etwas mühsam vor muss ich zugeben ist das jetzt die richtige Richtung nach Koroll ja das sieht so aus huiuiui kleine Überlandreise diesmal ohne Pferd aber dafür ehrlich ist ja auch was es ist schon ulkig wie hier das Gras so sprießt während man entlangläuft ich komme mir fast vor wie so eine Blumenfee die dann überall so hier ein Blümchen, da ein Blümchen, hier noch ein Gräselein was ist denn das für ein komisches Viech hinter diesem Felsen war das auch ein Reh nein Gestalt hallo? Gestalt? was? Ernsthaft? Mist der greift mich da mitten in der Pampa einfach mal so an und ich bin unfit vielleicht haue ich mir gerade mal was schnell rein ne ich habe aber ja Lebensenergie entziehen tolle Idee Wildbrett Lebensenergie wieder herstellen und dann aber mal fix hat das irgendwas genutzt? mhm, mhm, mhm dann mal fix den Dolch gezogen hoffentlich schaffe ich das jetzt auf die Schnelle Au Ich sollte eine Waffe ausrüsten, ja das finde ich auch was? ernsthaft? achso okay doch es ist nicht nur dieser Pfeil sondern auch noch andere Dinge eine Hufschmiedhose pelzbrustharnisch leichte Rüstung pelzschild leichte Rüstung pelzstiefel leichte Rüstung sonst noch was? hä? ernsthaft? hat mich mit einem riesen Hammer angegriffen und was kriege ich, wenn ich dann mich verteidige? einen Pfeil? ernsthaft? ah, Moment jetzt äh, Moment ich finde es immer noch komisch, wie das hier gerade funktioniert ich laufe gerade automatisch, ohne dass ich das will okay, das ist der eiserne Kriegshammer stumpf und zweihändig und jetzt, toll, ist meine Klinge so runtergeranzt dass sie nur noch einen Schaden macht jetzt hätte ich sie eigentlich dann doch ganz gerne repariert gehabt hahaha im Nachhinein betrachtet okay war doch richtig mir zu wünschen dass ich vielleicht hier wieder herstellen verbessert dass ich ah, jetzt bin ich aber immer noch auf der richtigen Fährte immerhin die denken vielleicht, ich langweile mich hier ich langweile mich überhaupt nicht, muss ich zugeben ich bin da überhaupt nicht so, dass ich mich sofort langweile die müssen mich gar nicht alle drei Schritte überfallen auf einem Weg ich wäre da auch zufrieden, wenn nicht, muss ich sagen puh, ich denke wir speichern jetzt auch mal nachdem wir diesen Kampf doch halbwegs gut überstanden haben ist schon schön, wenn man hier von oben so auf die Kaiserstadt auch runtergucken kann ja, Markiere reicht nicht aus puh so, dann werde ich mich jetzt endgültig mal hoffentlich in der nächsten Folge nach Koroll begeben und es schaffen, endlich mein Amulett loszuwerden oder zumindest mit jemandem darüber zu sprechen der mir dann sagt, das geht nicht weil bin ich mal gespannt dann würde ich mich freuen, wenn ihr da auch wieder reinschaut und hoffe, es hat euch diesmal gefallen und war ein bisschen unterhaltsam und dann bis demnächst tschaui